So Leute, willkommen wieder bei Let's Play Attack on Titan! Yeah, mit Chicken Fo! Und wir machen mal neue Charakteren! Mit Petra! Ah ja! Fangen wir immer an! Let's go! So, die sexy Petra heißt sie also. Sehr viele von der Attack on Titan Leute finde ich die geil. Ich weiß noch was die geil ist. Ah, jetzt weiß ich! Sie sieht sehr mega hübsch aus. Und ist schlecht so. Malte! Nein! Die Hübsche wird gefressen. Ihr müsst wirklich die Attack on Titan Film schauen. Hier unten in der Infobeschreibung. Wer interessiert? Ich glaube niemand interessiert meine Infobeschreibung. Das ist doch blöd. Für was muss ich Infobeschreibung machen, wenn niemand von euch das nicht interessiert? Und wenn ihr zuviel laget, dann höre ich auf. Mit dem... Dem... Kurze Pause... Vielleicht... Wenn ihr zuviel laget... Er wurde der Tank auf hier. Oh mein Gott... Er kommt zu mir! Er hat mich... nicht... Er hat mich nicht... Fuh! Wie hat man ihn nicht getroffen? Doch! Und Stäblin! Yay! Kann ich nie gehen! Aber man kann nicht schlafen! Die finden schon sehr süß! Bei einem Film! Alter! Hilfe! 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 Der Rigi Gantin! Hey du hässliche Wird er gegen mich kämpfen? Nein! Nicht so! Das ist kein Kampf! Du friss mich nur auf! Yay! Ich kann fliegen! Nein! Das ist schon so klein! Conflict! Ach! äh, nochmal die ist sehr gut wirklich muss man ausmachen und kurz Pause machen beenden eigentlich kleine schnitt irgendetwas lag so viel wenn es so viel lag kann ich nicht spielen ok, bis nachher tschau so leute schon wieder da jetzt habe ich es fertig wir move mich so bearbeiten meine let's play happy wheels ja ich muss manchmal schneiden zusammenschneiden zusammen mein Text oben rechts sehen hier immer oben rechts hier soll eigentlich nicht sein irgendwie ja fangen wir mal an oh mein Gott hier kommt hier kommt ho 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 new face new face bitch nein nein halt mein schwert ist zu stumpf stres nein ich habe gerade mein schwert ich habe gerade mein schwert repariert weil ich eigentlich das schwert jetzt hab noch eine neue neu pfu fuh weiß sie nicht ich möchte was mit sie machen Und dann... Ah, mein Gesicht! Bring dich um! Blöde Weifel! Alter, nicht zu treffen! In mir! Ah, mein Gesicht! Ah, mein Gesicht! Los, los, los! Ja! Wo bist du? Also, ein Gigant! Hey, Gigant! Siehst du mich? Hallo! Hier bin ich! Oh, mein Gott! Alter! Alter! Hey, Schukos! Okay, let's go! Hier! Jetzt, der da! Oh! 780! Bitches! Ja! Komm mit der Schreter weg! Ehm... Nein! Oh, hier! Komm mit der Schreter weg! Oh, hier! Komm mit der Schreter weg! Warte! Und dann, was gibt's noch? Oh, mein Gott! Sorry! Kurz abgestürzt! Irgendwie! Scheiße! Wieso stützt das ab? Warte testen! Warte testen! Mal hier! Okay! Was gibt's noch? Ja, das ist die Bewegung! E und Q, das weiß ich! Dann F! Was muss man mit F machen? Höch mal! F! 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 Kann man nichts? Dann R! Wie R! Soll ich mal ein vieler Waffe wissen? Ja! Geschafft! Gefunden! Yay! Diese Tricks hab ich kurz von David und auch von Mauer. Vielleicht ziehe ich! F! 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 Warte! Warte! F! 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 Warte! Endlich! Die ist noch sehr gut, Petra, naja, vielleicht ist das schon zu lang, also gehen wir direkt zu, vielleicht weiss ich, vielleicht auch nicht, zu Abnormale, yeah, Abnormale ist am besten zu spielen, die Abnormale sind einfach so Abnormale, ich habe ja jeder gesehen, mit dem Abnormalen, fuck, alter, Alter! Ich will eine andere Abnormale, die bei Boden ist, komm schon bitte! Alter! Ist der, wo bei Boden ist? Ja, ist der! Alter, wieso der da? Wieso ist der gerade hier? Alter, wie gruselig das klingt! Oh Gott! What the fuck?! Alter! 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 Los, let's go! Hier bist du! Hier bist du! Ich komme zu dir! Ich komme zu mir! Ich komme zu dir! Geht auch zu mir! WIRKLICH SO HOOCH?! Soll ich lieber nicht hüpfen Ich kann fliegen, 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 fliegen Vielleicht seht ihr unten in der Videobeschreibung David Ich sehe wie Promote bei ihm Keine Ahnung, scheiß drauf Das ist halt eine Ha- Ähm, Anime Wo ihm Anime runterladen Habe ich vielleicht gesagt Hüpf Ja! Bessig! Bessig! Petra, du bist der Beste! Und ich kann noch einen Abnormalen Wo ihn in der Nähe ist Wo ich gegen alle Titane kämpfen muss Warte Warte Hier muss ich Genau hier Und Drei Zwei Eins Jetzt Hier bist du Und auch der da Also ich springe so hoch Das ist nicht so glücklich Ich hole ihn nachher hierher Genau hier Wenn er zu mir kommt Das ist nicht so glücklich Das ist nicht so glücklich Das ist nicht so glücklich Ich kann noch mal kommen Ja Ich kann weg Ja Achso Bleib so Bleib so Bleib so Bleib so Bleib Das ist nicht so glücklich Ich habe mich erwischt Und das wird zu mir Das ist nicht so glücklich Ich kann mich an Und jetzt Ist nicht so glücklich Ich bin in さ Geist. Schaff die überhaupt. Und schon. Geist. Nicht zu befreien von den Titaren. Nein. Tod. Schauen wir mal wie sie auffrischt. Amm. Naja. Wenschab wird auch noch mal besiegt. Und wir beenden wieder mit Attack on Titan. Bis zum nächsten Mal. Tschau.